Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich fasse mich auch kurz. Frau Ministerin, es reicht nicht aus, wenn Sie den Klimaschutz und den Verbraucherschutz in Ihrem Herzen tragen. Entscheidend ist, was Sie als Landesregierung in den nächsten Jahren real umsetzen. Und ich befürchte, da wird das Primat der Ökologie einfach dominieren. Sie werden nach fünf Jahren mit uns feststellen können, dass Sie nicht viel bewegt haben. Vielen Dank.